Eigentlich bin ich ein ruhiger Typ, aber Sie wissen ja nicht, was letztes Jahr alles passiert ist. Wir kriegen ein Baby. Oft werden glückliche Menschen durch Kinder zu unglücklichen Menschen. Was? Nein. Durch Kinder wird doch alles noch toller. Aber wir sind doch glücklich. Ich will aber, dass wir jetzt ein Baby machen. Aber Marco und Elke, die waren doch glücklich. Dann sind die Zwillinge gekommen und sechs Wochen später schubst Marco Elke die Kellertreppe runter. Das war ein Unfall. Hast du das Eis gegessen? Nein. Ich brauche jetzt mein Eis. Ich weiß ja, was passiert, wenn ich dein Eis essen würde und flippst du aus. Erst frisst du mein Eis weg und dann kannst du es noch nicht mal zugeben. Das ist so armselig. Das mit der Schwangerschaft, das war wirklich keine gute Entscheidung. Merkst du eigentlich, dass du mich in letzter Zeit immer anzickst? Das sind die Hormone. Also ich glaube nicht, dass das ein hormonelles Problem ist. War das jetzt wieder zickig? Ja, das war zickig, ne? Es tut mir leid! Und dann fragt man sich ja schon, will ich mit so einer Frau eine Familie gründen? Such dir eine neue Frau. Ich wünsche mir so, dass wir uns wieder vertragen können. Weil ich dich nämlich liebe. Er soll aufhören mit dieser ketschigen Scheiß.